Ich möchte einen ganz neuen Detektiv erfinden. Ein Superfahrrad wäre toll. Wie soll ich mir das vorstellen? Kann ich dir zeichnen, soll ich? Ja, bitte. Bald. Er zählt dann alle vor. Fritz Phantom! Mach dich nicht lächerlich, Fritzilein. Das Dunkeltraum hat die Form einer Kuh. Die will ich. Was kostet sie? Ein Euro. Die? Gehört mir. Oh, die Ratte hat die Kugel an zwei Kinder verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Hallo, Boss. Wir müssen sofort Papa aufwecken und ihnen das zeigen. Bremsen ziehen, Boss 2. Wieso? Höchste Gefahrenstufe. Das geht um die Kugel, die sie auf dem Flohmarkt gekauft haben. Sie meinen diese hier? Klaus Klicker? Emma? Du erinnerst dich an mich? Ihr kommt auf der Stelle zurück. Und gar nicht in Frage. Du bist Emma, Rett. Endlich der erste Fall für mich. Suchstrahlen haben Emma nicht entdeckt. Ich hab was gefunden. Tom, kannst du dein Zahn zulegen? Ich bin Tom Turbo. Turbo Schnellgang. Das gibt's doch gar nicht. Das gibt ja wirklich. Das gibt's. Das gibt's. Untertitelung des ZDF, 2020